Ja, hätten sie ihn mal lieber brennen lassen. Wobei, wirklich geholfen hätte vermutlich auch das nicht. Seit über 40 Jahren treibt Michael Myers bereits auf der Leinwand sein Unwesen. Ab dieser Woche brannt aktuell im Kino in Halloween Kills. In den bisherigen Elfteilen wurde Michael Myers enthauptet, angeschossen, erstochen, in die Tiefe gestürzt, mit Stromschlägen geblitzt, und ja, auch mehrfach verbrannt. Und dennoch kehrte die Inkarnation des Bösen stets zurück. Michael Myers ist Kult, schier unkaputtbar und Vorlage für eine kaum zu überblickende Flut an Filmkillern. Wo das alles anfing und was Halloween vom Rest des Genres abhebt, das erkläre ich euch jetzt. Begonnen hat das Grauen hier, 1978, als Michael Myers zum ersten Mal die Maske vom Kopf gerissen wird. John Carpenter schuf aus dem Stand eine Horror-Ikone, die bis heute nicht tot zu kriegen ist. Aus heutiger Sicht mag das skurril erscheinen. Halloween ist gemessen an modernen Maßstäben ein relativ behäbiger Film. Michael steht für weite Teile des Films lediglich im Hintergrund rum, stellt seinen späteren Opfern in aller Seelenruhe nach und wenn er tötet, dann völlig blutleer. Weil man den Zorn des US-Jugendschutzes nicht heraufbeschweren wollte, überließen die Produzenten Michaels Kills damals der Imagination des Publikums. Aber das war auch ohne Blutfontänen bis ins Mark erschüttert. 1978 war das Horror-Genre zwar schon mit einigen großen Klassikern gesegnet, aber einen überlebensgroßen Antagonisten, der kaum aufzuhalten scheint, gepaart mit Carpenters stimmungsvoller Inszenierung und einem der wohl effektivsten Horror-Soundtracks aller Zeiten, das gab es zuvor in der Form noch nicht. Tommy, es ist mir! Tommy! Als der Film in den Kinos aufschlägt, stehen die Leute daher wenig überraschend bis um den Block, um Tickets zu ergattern. Gedreht für lächerlich schmalbrüstige 300.000 Dollar spielt der Film weltweit 70 Millionen Dollar ein. John Carpenter ist daraufhin über Nacht ein Star, Halloween ein Franchise, bevor es Film-Franchises überhaupt gab. Carpenters Meilenstein ist so einflussreich und erfolgreich, dass er direkt ein ganzes Subgenre erschafft. Der sogenannte Slasher-Film ist geboren, der seit jeher nach klaren Regeln spielt. Hier gibt es keine fliegenden Aliens, keine Geister oder Zombie-Horden, sondern genau einen Killer, oft mit einem speziellen Mordwerkzeug. Und wenn getötet wird, dann immer blutig und kreativ. Üblicherweise geht es dabei Jugendlichen an den Kragen. Und auch für diese Opfer gibt es klare Regeln. Wer unzüchtig wird, der kann schon mal gleich seinen Bibliotheksausweis kündigen. Sex führt den Slasher-Film nämlich in fast 100% der Fälle zum Tod. Sicher ist eigentlich nur das sogenannte Final Girl, die meist keusch oder gleich völlig jungfräulich ist. Der Fairness aber muss man allerdings anerkennen, dass Carpenter zwar den Kickstart für das Genre lieferte, die Ursprünge des Slasher-Films finden sich aber weitaus früher. Der Übergang zum Horrorkino erfolgte am deutlichsten im Jahr 1960, weil gleich zwei Filme das Genre für immer veränderten. Die Thriller Augen der Angst und vor allem Alfred Hitchcocks Meisterwerk Psycho spielen mit der Angst vor einem Killer, zeigen die Handlung durch seine Augen und stilisieren die mörderischen Taten zum grauenvollen Akt. Hitchcock ist darin so effektiv, dass er seinen zentralen Mord nur anzudeuten braucht. Obwohl er keinerlei Detail zeigt, brennt sich die legendäre Duschsequenz ins kollektive Popkulturverständnis ein. Gleichzeitig entstand in Italien ein Genre, das man als Nebenerscheinung der Slasher-Filme werten kann. Die sogenannten Giallo-Filme waren im Grunde auch schon Slasher-Filme mit ihrem eigenen Regelwerk. Wichtig waren hier grelle Farben und das Augenmerk lag auf dem Schock-Value der Tötungen, die von Film zu Film immer grausamer wurden. In Filmen wie Blutige Seide von Mario Bava oder Dario Argentos Rosso Farbe des Todes wird nichts der Vorstellungskraft überlassen. Als vielleicht wichtigster Vorläufer des Slasher-Kinos kann man aber diesen Film betrachten. Black Christmas oder zu deutsch recht umständlich als Jesse, die Treppe in den Tod betitelt, führt bereits vier Jahre vor Halloween viele Elemente ein, die später auch in John Carpenter's Klassiker zu finden sind. Das Anpirschen des Killers wird aus der Ich-Perspektive gezeigt. Die Opfer sterben bereits nach den später etablierten Regeln des Genres. Ein Final Girl gibt's auch und Black Christmas war der erste Film, der sich einen speziellen Feiertag als Handlungszeitraum zunutze machte. John Carpenter soll großer Fan des Films gewesen sein und ließ sich deutlich von diesem Stil beeinflussen. Und doch, was Black Christmas oder Psycho noch anders machten, war die Darstellung des Killers. Der war in diesem Film noch mitteilungsbedürftig, hatte menschliche Triebe oder Gelüste oder halt einfach einen krassen Knacks. Carpenter war der erste, der seinen Killer völlig entmenschlichte und auf eine Sache gleich komplett verzichtete, nämlich ein Motiv. Michael Myers mordete einfach, weil es seine Essenz zu sein schien, weil er das ultimative Böse war. Diese scheinbare Sinnlosigkeit seines Handelns und die damit einhergehende Unberechenbarkeit seiner Taten ließ das Mysterium in den Köpfen des Publikums zur hausgemachten Urangst heranwachsen. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt, das absolut Böse. Den meisten Kopien dieser Zeit entgingen Carpenters clevere Figurenzeichnung oder der Subtext aber. Angestachelt durch den immensen Erfolg von Halloween versuchten sich zahlreiche Nachahmer an Carpenters Formel, denen es in der Regel aber um reine Schauwerte ging. Krassere Morde, mehr nackte Haut, absurdere Geschichten. Und davon gibt's nicht wenige. Einen Slasher-Film zu drehen ist eine eher kostengünstige Angelegenheit. Ein paar Jugendliche durch notdürftig ausgeleuchtete Sets zu jagen und dann einen Typen mit Maske oder Umhang oder beidem auf die schreienden Teenager zu hetzen, das bekamen selbst kleinste Independent-Filmer damals spielend hin. Mitte der 80er Jahre explodiert daher der Markt regelrecht. Gefühlt erscheint alle zwei Wochen ein neuer Slasher-Film mit allen möglichen Szenarien. Gemordet wurde mit Heckenscheren, Hacken, Kettensägen, Bohrmaschinen. Es gab Killer-Weihnachtsmänner, Killer-Minenarbeiter, Killer-Gnome und natürlich Killer-Roboter. Gestorben wurde auf Abschlussbällen, am Muttertag, am Valentinstag und natürlich auf Pyjama-Partys. Zusätzlich angeheizt wurde die Slasher-Flut, weil in den 80ern der große Videotheken-Boom dafür sorgt, dass Käufer jederzeit Zugriff auf neue Filme bekamen. Dadurch entstand ein regelrechter Kampf um die leeren Plätze der Videothekenregale, die viele Slasher-Filme mit besonders aufwendigen Cover-Illustrationen für sich entscheiden wollten. Es versteht sich von selbst, dass die meisten dieser Cover mit dem eigentlichen Film nur so annähernd etwas zu tun hatten. Dieses Überangebot sorgt beim Publikum für stetig wachsendes Desinteresse. Ein Millionenhit wie Halloween wurde praktisch kaum einer der zahllosen Klone. Spätestens in den 90er Jahren geriet das Genre völlig ins Stocken. Auch weil sich mit Aufkommen der ersten Welle an CGI-gestützten Filmen plötzlich immer weniger Zuschauer für die immer gleichen Killer-Geschichten interessierten. Achtung, jetzt passiert... Mann, das Blut sieht total künstlich aus. Warum machen die das so? Erst als Wes Craven 1996 mit Scream einen cleveren Meta-Kommentar auf das Genre inszeniert, kehrt das Interesse zurück. Cravens Protagonisten sind sich der Regeln des Slasher-Kinos nämlich bewusst und nutzen dieses Wissen, um ihrem Peiniger ein Schnippchen zu schlagen. Es gibt gewisse Regeln, die man unbedingt beachten muss, wenn man eine Chance haben will, in einem Horrorfilm zu überleben. Scream erzeugte ein kurzes Aufbäumen des Slasher-Genres. Reihen wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder düstere Legenden folgten im Gegensatz zu Scream aber wieder den klassischen Genre-Strukturen. Nach und nach verschwanden aber auch diese Reihen wieder in der Versenkung. Den größten Erfolg feierten eigentlich nur die Filme, die sich eng an Carpenters Formel hielten. Freitag der 13., Texas Chainsaw Massacre, Shucky, Nightmare on Elm Street fahren allesamt einen Killer auf, den man unmöglich vergessen kann. Auch ihnen fehlt wieder jegliches Motiv für ihre Taten. Jason tötet, weil er halt gerne tötet. Freddy Krüger, Shucky und wie sie nicht alle heißen, sind allesamt nicht tot zu kriegen. Ob sie nun schmelzen, ins All befördert werden oder von, äh, Licht totgedingst werden. Diese Konsequenzlosigkeit für den Killer hatte Vor- und Nachteile. Die Autoren der jeweiligen Reihen konnten sich frei austoben, ohne auf inhaltliche Kontinuität achten zu müssen. Der Killer wurde im letzten Teil in tausend Teile gesprengt. Macht nichts, der ist jetzt halt wieder da. Weil, halt. Leider beraubte dies die Filme ihrer Spannung, weil es eben oft egal war, wie oder wer am Ende siegt. Im nächsten Teil ist sowieso wieder alles anders. Vielleicht sank auch deshalb im Laufe der Jahre mehr und mehr das Interesse an den größten Horror-Ikonen. Freitag der 13. wartet zum Beispiel seit Jahren auf eine Fortsetzung. Nightmare on Elm Street wurde 2010 zwar gerebootet, bei den Kritikern und Fans kam das aber gar nicht an. Was soll das ganze Affentheater? Hab mich schon fast zu Tode geärgert über das Kindergeschrei. Sie wissen doch gar nicht, was tot ist. Bleibt die Frage, was hat eigentlich Michael Myers während all der Zeit getrieben? Nun, nach dem legendären Original dauerte es zunächst bis zur ersten Fortsetzung. Erst 1981, also drei Jahre später, kehrt Myers zurück in Das Grauen Kehrt Zurück, der bereits nicht mehr von John Carpenter selbst inszeniert wurde. Hier stellt sich heraus, dass Laurie Strode die jüngere Schwester von Michael ist und am Ende sprengt sich Dr. Loomis gemeinsam mit seiner Nemesis in die Luft. Es ist vorbei, Michael. Teil 2 kann dennoch nicht an den Erfolg des Vorgängers anschließen, weshalb man beschließt, die Reihe in eine völlig neue Richtung zu führen. 1982 erscheint nur ein Jahr nach Teil 2 bereits Halloween 3, in dem Michael Myers oder Laurie Strode gar nicht vorkommen. Mit der Hauptreihe hat dieser Film praktisch nur den Namen gemeint, was natürlich noch schlechter bei den Fans ankam. Halloween 3 floppte so sehr, dass man für Teil 4 einfach wieder alles auf Anfang gedreht hat. Erinnert ihr euch, als Dr. Loomis sich am Ende von Teil 2 zusammen mit Michael Myers in die Luft gesprengt hat? Ja, das hat wirklich gar nichts gebracht. Myers lebt, genauso wie Dr. Loomis, dem die Explosion scheinbar gar nichts anhaben konnte. Halloween 4 führt noch ein neues Familienmitglied für Michael ein. Stellt sich nämlich heraus, dass er eine Nichte hat, die am Ende ebenfalls zum Stechwerkzeug greift. Ist das böse also vererblich? Ne, scheinbar nicht. Teil 5 erscheint direkt ein Jahr später und von Jamie ist in diesem Film praktisch gar nichts zu sehen. Stattdessen ist Michael wieder auf der Jagd nach ihr, wird aber in letzter Sekunde von Dr. Loomis niedergerungen. Die N... ne, ne, nicht ganz. 1995, also nach 6 Jahren, wurde mit Halloween 6, der Fluch des Michael Myers, ein Film nachgeschoben, der die Grundidee des Originals völlig aus den Augen verloren hat. Plötzlich geht es um Flüche, ein Kult. Jamie ist wieder da, aber offenbar von Michael geschwängert worden, der seinerseits durch Gentechnik erschaffen wurde. Äh, ja, danach brauchte Halloween eine dringende Verjüngungskur. In diesem Herbst macht das Grauen keinen Urlaub. Die kam mit Halloween Age 20, der Jamie Lee Curtis zum ersten Mal zurückbrachte. Age 20 schließt an den originalen zweiten Teil an und gibt Laurie Strode am Ende ihre lange sehnte Rache, als sie mit Michael kurzem Prozess macht. Der, haha, das aber eigentlich gar nicht gewesen ist. Bis 2002 erfährt man in Fortsetzung Nummer 8 nämlich, dass Michael kurz vor seinem vermeintlichen Ableben nämlich noch die Zeit hatte, einem Polizisten seine Maske aufzusetzen. Als erste Amtshandlung tötet er nun Laurie Strode selbst, landet dann in einer Reality-TV-Show und wird am Ende sogar von Busta Rhymes vermöbelt. Ab 2007 kamen nochmal zwei Remakes von Rob Zombie, die bei den Fans aber eher so mittel ankamen. Und damit befinden wir uns im Hier und Jetzt. 2018 brachten David Gordon Green und Danny McBride die Ikone wieder zurück. Zeitgemäß und an moderne Sehgewohnheiten angepasst, sogar Jamie Lee Curtis ist zurück, weil das Reboot alle vorherigen Fortsetzungen ignoriert. Halloween Kills ist nun das nächste Kapitel einer geplanten Trilogie und bringt dasselbe kreative Team zurück, das schon 2018 das Reboot zum Kassenerfolg machte. Produziert von Jason Blum, der seit Jahren das Horror-Genre fest in seinem Griff hat, die Musik wird wieder komponiert von Carpenter selbst und Nick Castle kommt auch wieder zum Einsatz, der unter der Maske von Michael Myers einst zur Horror-Legende wurde. Für Fans des Originals gibt es zudem ein Wiedersehen mit mehreren Charakteren des ersten Halloween. Um nun mal ein Beispiel zu nennen, erinnert ihr euch noch an die kleine Lindsay Wallace, auf die Laurie Strode in Halloween 1 aufpassen musste? Ja, die ist ein bisschen älter geworden und rückt in Halloween Kills deutlich stärker in den Vordergrund. Denn wie Jamie Lee Curtis hier schon sagt, The last movie was Laurie's story, this is the town's story. Genau, Halloween Kills stellt zum ersten Mal ganz direkt eine Frage, die die Reihe bisher immer nur angedeutet hatte. Was macht es eigentlich mit einer Kleinstadt und ihren Einwohnern, wenn man 40 Jahre lang in Angst vor dem ultimativ Bösen leben muss? Michael, der im Vorgänger eigentlich in einem Flammenmeer verenden sollte? Überraschung, hat das natürlich irgendwie überstanden und mordet abermals durch Herdenfield. Anders als noch im Vorgänger ist das mittlerweile auch unter der Bevölkerung angekommen, weshalb sich die Strode-Familie nun nicht mehr alleine dem irren Killer stellen muss. Ob es gelingt, diesen Kampf zu gewinnen, das findet ihr ab dem 21. Oktober passend zu Halloween im Kino am besten selbst heraus. Wobei eines ganz sicher sein dürfte, Michael Myers haben wir mit Sicherheit nicht zum letzten Mal gesehen. Oh nein! Duos! 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 Duos!